hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta online mit dabei ist noch immer das nick ist der hitchi der artillerie der artilas und der banana und ich der pet hallo das stimmt nicht kasse waffen aufheben ist auch ein noob nur nix kannst hello from the other side jetzt ist jens der hacker hat gesagt ja und lass mich doch ich bin nicht mehr dran ja es soll erst bald wetten pack ich hab gehört wir rocken jetzt erst bald 1500 wetten drauf wir machen das jetzt schon was wir bereit ich wollte doch gerade so einen schönen endmove machen ich will das gelbe da oben eine reisetasche steht da wo ist denn die? ja keine ahnung da unten wow die schießen ja hallo hallo oh what the fuck ey so geht es nicht äh ok ich bin der wespelest gefallen ich bin der wespelest, alles klar sagt ja natürlich auch keiner dass alle die die was da unten stehen auch noch dazugehören ja wiss ich auch nicht ja boah ich bin der wespelest ja boah ich bin der wespelest so aber irgendwie stürzt du nicht jetzt aber oh gott ey ey und ihr witz ich hab da wirklich nix hinbekommen oder so aber die doofen Gangster die sind da wertig ja die sind echt, also die sind ein bisschen unmittelig natürlich also wir müssten irgendwie die Taschen holen und dann nach hause bringen ja wir müssen die Taschen holen und... boah dafür muss ja erst alles platt sein aua boah wieso warte was ist ein Sniper? nö warte mir das mal vorher als Sniper schuss gerade oh woher hätt ich'n die jetzt? scheiße ne Ahnung ach da liegen doch Waffen da liegen Waffen da liegen Waffen ich kann sie aufdecken wie eben wo ist denn das? ich ich ja 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 da bist du abgeschossen ja da bist du abgeschossen ja da bist du abgeschossen wo sie denn hin? die fahren hoch richten sie sich ja da fühlt mich komplett woanders hin geil da fühlt mich komplett woanders hin WTF WTF irgendwie lädt's gerade ein bisschen können halt sein aaaaaaaaaaaaaaaa 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 aaaaaaaaaaaa oh Gott So, mein Moped fährt auch nämlich den Berg runter. Kann man machen. Aber tut keiner, so einfach nicht. Ich bringe uns die erste Fasche. Ich bin lieber nächster Motorrad. Es ist wesentlich schneller, bis das Fahrzeug auszufahren. Ah. Erster Punkt. Oh, das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn dich als Tasche hinbringen? Mit deiner Base. Du musst dich hoch auf. Ja, das ist einfach nur nicht Dreck, wo du entlangfahren kannst. Ja, aber dann lande ich dir mal wieder meine Taschen. Da hab ich noch gar keine Tasche. Du hast einen also laut Chat Show. Ja. Einer Tipp, Patrick. Für ihr am besten im Torwart. Nein. Kommst du ziehlich schneller hoch. Ja und? Reicht, wenn ich hochkomme. Ist auch wieder da. So. Reicht hier? Und ihr Party ist Ende. Das ist meine Party. Da wach gar nicht hier. Da wachst du oben in der Base zum Punkt. Da musst du hingehen und aufsteigen. Stark. Aua! Ne, gar nicht. Blöde Kuhu. Sonnenarmel. Hier ist es also Leon. Alles klar. Da komm ich noch nicht rum vielleicht. Warte, du hast ein Maschinengewehr? Ne. Wir sind schon hier über das scheiß Geländer. Ich hab gehört, wir sind Frieden, Leon. Bauen wir nix. Ey, wir kommen die Waffen nicht auf. Du musst hingehen, aufsteigen und finden. Du musst gehen. Nicht fahren. Patrick, bist mit? Ja. Fahr, fahr, fahr. Boah, fahr den Berg. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Platten, wir haben Platten, ne? Ja, mag sein, aber ich muss trotzdem erstmal hier Waffen holen. Oh, hier liegt ein Schilf MG. Alles klar. Leon, fahr zu unserer Base oben, Leute. Was willst du sagen? Ich weiß nicht, ob ich da euch abfangen kann. Ich weiß gar nicht, warum Leon nicht einfach eine scheiß Tasche mitnimmt. Ja, verstehe ich auch. Dann nicht, weil wenn es sich die scheiß Tasche nehmen würde, dann... Wann ich euch die Tasche klaue hier, Noobs? Äh, einer muss unsere Base verteidigen. Ja, ich mach das. Ja, ich mach das. Wollte sagen. Ich hab die dicke Waffe. Knall jeden Wichser weg, der da... Mann, guck. Jungs, wie hört man mit Taschen? Ich bin dabei. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich bin am Arsch. Ja, ich bin am Arsch. Ja, ich bin am Arsch. Aber das ist unnötige Gewalt, ne? Unglaublich. Nötig ist das, ey. Macht schon Sinn. Ja, eigentlich. Aber ich komm im Fall, der dauerne Mark runter. Wollt ihr bitte noch eine Tasche, Leute? Oh! Ja, ich hab echt. So seit 5 Stunden. Alter, ich treff die da auf mich, ey. Ey, man trifft eigentlich auf dem Tor, ey. Ich hab das Polo so schlecht. Ich glaub ich kann doch mal die Türen hier! Ach, ich... Wollt's auch einen Dark runter? Bist du? Sack, ey. So ein Scheiß! Wollt ihr jetzt ne Tasche? Ja. Gut. Kann ich respawn irgendwie? Ne, ne? Nein. Ich fiege nicht. Weil ich komm so, ich komm nicht mehr hoch. Also bei mir dauert's jetzt ne halbe Stunde, bis ich oben bin wieder. Ja, dann sterben wir, ne? Ja, einfach wieder runter. Wann, ey? Man kriegt einfach die Tasche nicht mehr. Die nicht mehr. Normals kriegst du die ganze Mal. Hast du vielleicht schon einen? Ne, hast du nicht. Ne. Lauf doch einfach über die Tasche drüber. Boos. Hier sind gar keine Taschen mehr hier unten, ne? Das Problem ist, dass Hitcher... Mein Gott, wer Cypher denn da von euch? Das nervt. Ne, schau uns los, also okay. Ich bin da gewesen, warum? Ne, schnappt euch doch ne Tasche, ihr seid doch zu zweit. Bei uns oben ist einer. Jetzt haben wir vorbei gefahren hier vorhin. Scheiße, ich hab zwei Mal eine Lige gegeben. Ja, mag ja sein. Ich hab ne Schutzliste an. Ich liebe es, wenn man nen schönen MG hat und einfach nur reinrotzen muss. Nice, Putt. Bring die Tasche zu uns. Ja, ja. Na, Leon? Hi. Achtung, Leon kommt hoch Jungs. Ich bin so weit runtergefallen den ganzen Berg, sehr gefährlich. Guck mal da hinten fährt noch ne Tasche. Ich hab's gerade bemerkt, Problem war, ich hab keine richtige Nahkommission mehr, ich bin so auf die dicke fette Sniper. Ich wär grad beschossen in den Milikastrat. Keine Munition mehr. Ich hab auch keine Munition mehr. Sorry Patrick. Ich brauch Munition. Ich muss mal eben kurz Munition holen. Hi Hitchy! Hab ich! Okay. Wie geil, das sieht's aus da. Danker Scheiß. Ich hab grad mein Leben verloren, indem ich einfach nur runtergefallen mit dem Motorrad. Hä, war's das jetzt schon? Wenn ihr keine Tasche mehr kriegt, dann ja. Ja, die eine die weg war, das war jetzt die entscheidende. Shit. Ja, ich bin raus. Ey, ich bin doch bei dem. Herr von, wo bin ich jetzt geschossen? Das war jetzt aber echt blöd, dass die, die Waffen alle unten lagen. Ich bin bei uns drüben auf der Base, Leon. Hast du ne Sniper oder was? Ja, sicher hab ich ne Sniper. Ich hab dich schon dreimal heute, ich hab dich schon dreimal mit deiner Sniper abgeschossen, die ganze Zeit sogar. Ich hab nur ne Pistole gehabt, ich weiß nicht, wo er Waffen her bekommen hat. Boah. Ja, die lagen nur unten, da wo die Taschen auch waren. Ey, es kommt auch noch ne Runde von der anderen Seite, ne? Ei, ei, ei. Wow, von der anderen Seite ist ja auch so viel besser. Ist kein Unterschied. Ja, was soll man machen? Macht null Unterschied. Hätte ich das gewusst, hätte ich nur eine Runde eng gestellt, aber... Ach, du hast zwei Runde eingestellt. Ja. 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 Ja, ich muss sagen, das Spiel muss gefällt mir nicht. Naja, er ist... Er ist... Fällt Waffen auf ihm generell nicht. Ich finde, ich finde ihn schon lustig. Ja, das Problem ist, dass sie erst unten sind und nicht hier oben. Sie sind nicht ausgerüstet. Deck auf, du blöde Kuh. Da ist ja unten wieder Feine, ne? Ah, toll. NEIN! Ich hab erst bei selbst manchmal... Na gut, so geht's auch. Toll. Ich weiß nicht, wie... Man, wir haben es damit gedacht, nicht auch. Sorry. Da war genau auf einer Waffe drauf. Du musst aber zu Fuß sein. Ja, war ich. Das haben wir sie nicht auch. Alter, jetzt sitzt sie da oben und fängt an zu snipen. Versteh ich. Ich bin nicht. NEIN! Das war die Snipe. Auch so. Im Poison-Snipe-Uteil. Also die Typen sollten jetzt ein bisschen explodiert sein. Ja. Ach, da hinten ist er wieder, der Kleine. Snipe, 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 Baby, Snipe. Ähm... Au! Ich hab ein Motor, den ich in die Fresse bekomme. So, Patrick! Ich hab ne. Ich... Ich hab grad sich hinten die Luft geboxt irgendwie. Ich brauch ein Motorrad. Ich brauch ein Motorrad. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Und tschüss. Achtung, hinter dir ist, Alter. Ja, ich weiß. Nein! Oh Gott, ich hab auch. Wieso nimmt der die Scheißtasche nicht? Immer noch zu Fuß sein. Leon ist genau bei uns. Er hat ein Hit. Ja. Ja. Hat er auch. Der. Der ist ein Noob. Ich hab keine Muni mehr. Musst du die Rüstung haben. Ja komm, steck ab. Wir machen Faustkampf. Komm. Lucy. Nein. Hau ein. Oh. Sorry. Ach, wer ist denn direkt hier schon bei uns am Spawn? Das gibt's nicht, ey. Hey, Hitcher, ich hab dir glaube ich sicher achtmal auf den Kopf geschossen. Du bist einfach nicht umflogen. Mit der Sniper? Nee. Pistole. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin zu schnell gesprungen, genau über die Klippe. Mit der Taschen aufzuhalten, muss man auch absteigen. Ja. Ja. Okay, gut. Ja, ich hab dann eben nur zu richtig gekapiert. Ich krieg euch. Auch zu schießen. Ich fahre einen Boomweg. Äh, hi. Ja, das hab ich gesehen. Jau, ich bin gelandet und ich werde direkt rausgeschossen. Ja. Und trotzdem fall ich um und ich du. Ey, ohne Witz. War zwei sicher. Du siehst. Mann, ich hab keine Waffe. Lieber wieder dieses Deathmatch. Hier eine hoch. Der Deathmatch war eben geiler. Hast du doch Waffe. Wollte? Hau und liegen doch rum. Da kommt Deathmatch. Ja, ja. Komm hoch. Habt die letzte Tasche. Holt euch die letzte Tasche. Hä, warum hab ich gestopft? Hier war doch irgendwo's in Hells. Na gut. Da vorne gar nicht. Ich hab auch 50, Alter. Was ist jetzt? Das gibt sich. Ich hab dir mit dem Sniper in die Fresse geschossen. Ich hab dir mit dem Sniper in die Fresse geschossen. So ist das, ne? Da fährt was unseren Berg hoch. Der will was erobern. Wo? Bei uns. Ah, da. Alter, der Hacker kommt. Der Hacker kommt. Der Hacker kommt. Der Hacker kommt. Angehittert. Nein, von hinterher. Der hat mich da oben. O-O-O-O-O-O. Der Hacker kommt. Oh Gott. Ja, da ist noch einer. Scheiße. Komm, Leute! Freit euch. Fakt die Kills. Tötet sie. Ich hab keine Muni mehr, warum soll ich keine Muni mehr haben? Nein! Oh Gott! Nein! 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 Leona hat diese Tasche. Okay, hat die anderen auch jetzt zwei Taschen kurz... drei Taschen weggekommen! Ist das denn? Eine liegt noch neben dem Ding. Ja, willst du machen? die 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 haben uns ja ich habe nie eine waffe die kommen mit maschinengewehr ich hatte bis tote deswegen falle ich erstmal um ich komme doch gar nicht bis nach unten ja ja der koppel zu hoch achtung scheiße ich bin bei uns komisch ok war das kann doch nicht hallo er bei dir läuft richtig ne wieso ja erst absteigen und dann ist sie in die luft schlagen ne hallo ich bin entschuldig ok du wirst es weiter oder witz der kickgebirge hat und er hoffentlich verwechselt unten ups also will er immer gar nicht leckt ne er leckt so hart oh was macht ihr denn jetzt ah aber so deutsche macht das mhm da höre ich dich doch nicht Hacker regelt sonst steht noch eine eine? naja zwei ja wenigstens eine boah ich mach immer selbst wobei ich mir entscheiden das ist mir so oft passiert mittlerweile sehr viel wenn das passiert anstrengend dann spawnst du mal so weit hinten Patrick? machst du schon der rutschpartie? ja ich keine ahnung ich kann nicht aufstehen er hat die tasche ja schön stehen ja der ist schon runter ja ja der leute fahrt hinten nicht einfach drücken umstehen ich sniper doch witzig der kacke nein 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 hochfahren 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 Ich hoffe, es wird noch Co-Pelle noch warm gehen. Co-Pelle noch, Jungs. 3 Sekunden habt ihr. Ungewitz. Hey? Das ist ja unglaublich, ja. Das ist aber kein Schaden. Ja, die können einfach aussteigen, schießt und... Ja... Aua! Ich wollte keine Waffen mehr. Ja! Nein! Check ich dich. Kein Schaden, ey. Artillerie, das ist doch richtig geil. Einfach nur Kopf zielen. Jawohl, Lassie! Yeah! Er schießt auf dich, ich stimm nicht. Ich geb ihm einen Handshot, ey. Ja, und hast du gesagt, ach, ich hab einen echten Hacker. Der macht auch keinen Schaden. Ich hab den ganz mal der Ziel mit draufgehauen. Oh mein Gott! Der hat einfach an. Ich stand daneben, wir haben beide draufgeschossen. Pack die Tasche und haut wieder ab, ne? Ein Tatsch, ich hab mit Hitche auf den Eben gehabt. Ich hab mit Hitche auf den Zimmer von Hartmann reingezogen. Der ist nicht umgefallen, ich dachte, das ist richtig geil. Ja, wir haben mit zwei Leute Magazine auf den geschossen. Der hackt auf jeden Fall. Nice, 39.000. Direkt disqualifizieren. Ja, ich hab das noch was für eine Folge. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag und auf nach dem wieder die Folge. Ciao! 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 Ciao!